Letztes Jahr 2018 durfte ich bei Ivan die Erfahrung des Räuchers erleben. Das war total spannend, vor allem die Zeit, die nachher gekommen ist. Ich hatte das Gefühl, sie hätte keinen Club aus Räuchern. Ich habe einen Club in Zürich, einen Haus- und Techno-Club. Ich habe eher das Gefühl, sie hätte mich ausgeräuchert. Das war eine kleine Transformation für mich selber. Da sind ganz viele Sachen passiert. Gewisse Ziele haben mir auch gesteckt bei dem Räuchern, was ich alles möchte verbessern. Und was meine Visionen und Ziele sind. Und ich habe letztes Jahr 2018 die Meister erreicht. Also nach einem dreiviertel Jahr, halben Jahr. Und wir haben jetzt ein zweites, ein neues Ziel festgehalten. Und den Club wieder geräuchert. Und jetzt bin ich wieder gespannt, was in den nächsten halben Jahren wieder passieren wird. Also bei mir total viel Positives. Auch im Club sehr viel Positives. Ich weiss nicht, was da passiert ist. Aber es ist sehr spannend.